Die italienische Hauptstadt Rom gliedert sich in 15 Munizipien und 155 Stadtbereiche. In der Antike war sie in vier, später in 14 Regiones eingeteilt. Munizipien Die Munizipien sind Stadtbezirke, die zur besseren Verwaltung der Stadt 1972 eingeführt wurden. 1977 wurden die Munizipien in 155 Zonen eingeteilt, die nach städtebaulichen Gründen abgegrenzt wurden und meistens nicht mehr mit den historischen Stadtbezirken deckungsgleich sind. Ursprünglich waren es 20 Munizipien, das ursprüngliche Munizipio 14 wurde 1992 ausgemeindet und existiert heute als selbstständige Stadt Fiumicino. Deshalb fehlte bis 2013 die Nummer 14 in der Reihe der Munizipien, 2013 wurden die Munizipien wie unten aufgeführt neu eingeteilt. Die Munizipien haben jeweils einen direkt gewählten Präsidenten und ein Parlament. Ein großer Teil der Verwaltungsaufgaben Roms wird heute über die Munizipien erledigt. Die 15 Munizipien setzten sich folgendermaßen zusammen. Historische Stadtteile Eine erste Stadtgliederung soll im 6. Jahrhundert vor Christus unter dem König Servius Thallius stattgefunden haben. Rom war danach in vier Regionen aufgeteilt, die den stadtrömischen Tribus entsprachen. Saberana, Esquilina, Colina, Palatina, der Kapitolzügel und der Aventin waren in diese Bezirke noch nicht einbezogen. Unter Augustus wurde zwischen 12 und 7 vor Christus die Stadt, die sich inzwischen weit über die vier ursprünglichen Regionen ausgebreitet hatte, in 14 Regionen eingeteilt. Sie waren ursprünglich nur durchgezählt, Namen sind erst seit dem 2. Jahrhundert belegt. Die Einteilung behielt bis zum Ende der Kaiserzeitgültigkeit Regio I. Porta Capena, Regio II. Kelimontium, Regio III. Isis e Serapis, Regio IV. Templum Persis, Regio V. Esquilie, Regio VI. Alta Semita, Regio VII. Violata, Regio VIII. Forum Romanum, Regio IX. Circus Flaminus, Regio IX. Palatium, Regio X. Circus Maximus. Regio XII. Piscina Publica, Regio XIII. Aventinus, Regio XIV. Trans-Tiberim. Im Mittelalter blieb diese Einteilung bestehen, auch wenn sich langsam die modernen Namen herausbildeten und die Grenzen nicht mehr genau festgelegt waren. Rionie. Der Begriff Rionie leitet sich von den lateinischen Regiones her. Ab dem 14. Jahrhundert wurde Rom in zuerst zwölf Rionie eingeteilt. Durch das Bevölkerungswachstum bedingt erhöhte sich die Zahl durch Teilung bestehender Rionie bis 1921 auf 21. Im selben Jahr wurde mit dem 22. Rionie Prati der erste Stadtteil außerhalb der Aurelianischen Stadtmauer eingerichtet. Diese Rionie haben heute keine verwaltungstechnische Bedeutung mehr. Im Alltag der Römer spielen die historisch gewachsenen Stadtteile jedoch immer noch eine wichtigere Rolle als die neuen Verwaltungseinheiten. I. Monti. Er umschließt die Hügel Esqueline und Viminal und reicht von der Piazza Venezia bis zum Lateran. II. Trevi. Er umfasst den Quirinal und das darunterliegende Viertel rund um den Trevi-Brunnen. III. Colonna. Beidseitig der Via del Corso. IV. Campo Mazio. Der nördliche Teil der Altstadt von der spanischen Treppe bis zur Piazza del Popolo. V. Ponte. Das Tiberknie gegenüber der Engelsburg. VI. Parione. Das Viertel um Piazza Navona und Campo de Fiori. VII. Regular. Das Tiberufer zwischen Ponte Garibaldi und Ponte Emasini. VIII. San Teustachio. Das Viertel um San Andrea de la Valle. IX. Pigna. Zwischen Piazza Venezia und Pantheon. X. Campitelli. Er umschließt die Hügel Capitol und Palatin. XI. San Angelo. In etwa das ehemalige Ghetto 12. Ripa. Der Hügel Aventin und das Tiberufer bis zur Tiberinsel. XIII. Trastevere. Auf dem Westufer des Tiberes. XIV. Borgo zwischen Vatikan und Engelsburg. XV. Esqualeino. Der Ostteil des Esqualein mit der Statione Termini. XVI. Ludovici. Beidseitig der Via Veneto. XVII. Salustiano. Nördlich der Via XX. X. Settioba. XVIII. Castro Pretorio. Umschließt die Diocletiansthermen. XIX. Selio. Der Hügel. Kelius XX. Testaccio. Um den Monte Testaccio. XX. San Sabba. Der kleine Aventin mit den Caracalla-Thermen. XXII. Prati. Das Gründerzeitviertel nordöstlich des Vatikanen Quartiri. Ab 1926 nannte man die neu errichteten Stadtviertel außerhalb der Stadt Mauquartiri. Sie wurden ebenfalls mit römischen Ziffern nummeriert, denen zur Unterscheidung ein Q vorgestellt wurde. Der Stadtteil Ostjahr an der Küste wurde in die drei Quartiri Q, 33 bis Q, 35 aufgeteilt. Suburby. Ab 1930 wurden am Stadtrand elf Suburby eingerichtet. Da 1961 die Suburby S2 bis S2 in Quartiri umgewandelt wurden, blieben nur sechs Suburby übrig. Agaromanus. Am 6. Juli 1817 wurden per Dekret von Papst Pius VII. die Stadtgrenzen von Rom, die bis dahin unbestimmt waren, festgelegt und das Gebiet als Agaromanus bezeichnet. Nach der Ausgliederung der Städte Pomizia und Adi wurde das Gebiet, das außerhalb des geschlossenen Stadtgebiets lag, in 59 Zonen eingeteilt. Von denen sieben 1992 an die neu gegründete Stadt Fiumicino fielen. Die Zone ZXLII Makarisenort wurde dabei zwischen Rom und Fiumicino geteilt. Viele der Zonen gehen in ihrer Bezeichnung auf alte Dörfer oder Gutshöfe im Agaromanus zurück. Die verbliebenen 53 Zonen sind ... ... ...